Was machen wir denn jetzt hier? Ähm, hauptsächlich ausweichen. Klingt der damit satt? Also es gibt vier Phasen, man muss immer unterschiedlich ausweichen. Manchmal fallen diese Dinger darunter und verschumpeln hier so Wellen. Und manchmal rastet so eine Feuerwand rum, da kann man sich hinter dem Teil hier in Sicherheit bringen. Oder irgendwie so war das, meine ich. Und am Ende kommt alles zusammen. Gut, die Wellen kannst du ganz normal drüber springen. Keine Ausweichrolle, sondern ganz normal springen. Genau, von den Stampfern. Und ganz zum Schluss liegt da irgendwo ein Hammer rum oder was? Nee, muss man das Ding auf jeden Fall in der Mitte angreifen. Wenn irgendwas passiert. Am Ende musst du das Ding angreifen, ja. Ich weiß, wo wir jetzt drin stehen. Achso, die Dinger musste man möglichst schnell dahin kicken. Das Ding in die Mitte ist. Ja. Du musst das Ding in der Mitte angreifen, nicht die Teile hier herkicken. Achso, das war auch andersrum. Man musste die Teile wegkicken. Ja. Das ist ein leichter Unterschied. Das war jetzt also praktisch eine... ...Kull-Runde, ja? Nee, nee. Wir sind in die nächste Phase gekommen. Also, die haben wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Quallen, das Faktal hier eingebaut. Wobei auch immer eigentlich bisher noch nicht, oder? Doch, jetzt gerade, wenn du von Wellen getroffen wirst, weggefahren. Ah, okay. Aber auch nicht viel. Nee. Ich glaube, dass wir 29 sind. Boah, das ist ja hier ein bisschen... Gibt es hier irgendeine Stelle, wo alle auf einmal kommen? Bestimmt. Nöhm, ich nehme halt vor allem mit. Ich glaube, am besten ist wirklich, direkt in einem Satz anzustellen. Smitty? Wegkicken, wegkicken, wegkicken. Hat er geblockt. Nein. Ich habe ihn gekriegt. Nächste Runde. Was ist das jetzt? Hinter dem Metallklotz in der Mitte kann man sich ins Ziel halt bringen. Thomas steht ganz außen in der Ecke. Da hätte ich doch mal vermutet, dass die das wenigstens geändert hätten. Kannst du einfach stehenbleiben, wenn nichts passiert ist. Das ist mir sympathischer als die ganze Zeit. Was kann man, wo kann man das richtig hinstellen? Jetzt geht der spaßige Teil los. Jetzt wird es nicht unangenehm. Geht alles auf einmal, oder was? Ja. Und wir müssen nebenbei den Damage fahren. Ach, das auch noch? Ja. 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 Ja, das macht Spaß. Ja, das übersteigt meine Aufnahmefähigkeit. Ich denke mal, das geht jetzt noch, aber das wird man in höheren Fraktalen wahrscheinlich nicht... Jetzt ist es schon 29 Grad. Aber die Grenzen mit 50 besteht noch weiter hin, oder? Ja. Noch, ja. Der ist neu. Oder? Könnte ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Also haben sie es nochmal länger gemacht. Das ist eh schon lange Fraktal. Na gut. Gleich schießt er, gleich schießt er. Dein großer Schischi. Das macht nicht so gut wie er. Die absolute Härte. Ach, das war's schon. Wie, das war das Fraktal? Ist cool. Äh, angenehmes Fraktal. Was fehlt da? Ist auch ne Kiste. Da fehlen zwei, ja. Was fehlt da?